Wir sind in der letzten Folge ziemlich maltretiert worden, oder war es schon die vorletzte? Weiß ich gar nicht mehr. Wir haben nur noch 7 Leute, 6 Happiness, 20 dazu. Wir sind ziemlich am Ende. Und ja, wir müssen schauen, was wir noch machen können. Es war ja so, dass wir runtergegangen sind, um diverse Monster dann doch noch zu schlagen. Um noch ein bisschen aufzuräumen zum Schluss. Hier läuft noch einer lang. Ach, der hat gerade eine Kugel geholt. Okay. Achso, wir hatten noch einen, der keine Klamotten hatte, die er jetzt hat und der sollte zu was werden? Essen haben wir drei, Bergmann haben wir einen, Ernteilfe haben wir einen, Träger haben wir keinen, weil Holzfäller das noch war. Der sollte ja zum Träger werden. Warte, dann war es mal hier falsch. Dann müssen wir hier hin. Group and Träger. Jetzt ist er weg. Dann würde wir da auch noch einen drin haben, ne? Ja, hier sind wohl alle da nicht mehr und ich glaube, wir waren jetzt auch so weit, dass wir hier diesen geschlagen hatten, der da irgendwo war. Ach, guck, da geht schon einer wieder runter. Da ist er. Wo geht er hin? Gute Frage, ne? Hier sind ganz viele Sachen dran. Hier gab es den Kampf, aber die sind schon mitgezogen worden. Aber hier unten ist noch eine Spinne. Wenn er weitergeht, dann wird es ernst. Okay. Hat er aber geschafft, okay. Und geht dann auch hoch. Das, was er wollte, lag wohl da. Wer ist denn das? Gute Frage, ne? Das ist auch egal. So, Gerd, auf jeden Fall wieder hoch. Hier gibt es ein schickes grünes Gullit Boots. Und, ja. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach oben. Wir haben keinen Helden hier. Wir haben zwei Soldaten und sieben Mitarbeiter. Und die sieben Mitarbeiter sind schon bei zwölf. Happiness, das ist schon mal gut. Da kommt ja doch noch der ein oder andere gleich. War da gerade einer vorbeigegangen? Könnte sein, muss aber nicht, ne? Na komm, egal. Wir gehen erstmal nicht nach oben, sondern gucken nochmal. Ach, das war ein Vogel. Okay. Und was ist hier los? Hier sind... Da ist auch einer gestorben. Wir müssen eigentlich zusehen, dass wir Grabsteine bauen, damit die beerdigt werden, die da alle rumlaufen, ne? Deko, Gräber, Kisten. Hier oben sieht es da auch ein Stück aus für Gräber, oder? So, da haben wir dann neun Grabstätten dazu. Waren jetzt einige zu machen, oder? Vielleicht hier noch? Komm, zack. Dann haben wir da auch noch einen kleinen Fredhof. Hier waren schon welche, oder? Ne, noch nicht mal. Da geht's runter in die Gruft, die wir dann aufgeräumt hatten, ne? Hier ist bestimmt noch was machbar, aber brauchen wir jetzt auch nicht. Da sind schon zu viele, da kamen ja schon die ganzen Monster. Weil zu viele Gräber auf einer Stelle, ne? Oder wie war das? Shift, das sind nicht gedrückt. Dann klappt das auch nicht mit dem nächsten. So, da haben wir die auch noch mal. 9, 18, 27, ja, weiß ich nicht. Aber wir können sie ja erstmal so lassen. Und hoffen, dass da was passiert dann, ne? So, was macht er hier? Pause. Happiness muss dann... Ne, ist nur 8 von 12, die wir schon mal hatten, ne? Ja. Das ist ja komisch, ne? Was macht er jetzt hier? Hat da irgendwie ne Kuh geholt. Und Kühe werden geschlachtet, okay. Das finde ich ja krass, das habe ich die ganze Zeit noch nicht gesehen, aber jetzt, ne? Jetzt gibt's ein Rollbraten oder was? Raw Steak, da können wir aus einer Kuh, können wir ein Wiener Schnitzel machen. Holt er noch mehr? Ne, ne, oder? Einen Apfel hat er geholt, okay. Den ist er jetzt aber, oder war das überhaupt das, die nächste Frage, ne? Ja, Schweinchen haben wir wohl keine gekriegt und werden auch keine kriegen mehr, oder wie? Schafe sind da, Schweine, nein. Ne Pickfarm können wir nicht machen, okay. So, hier sehen wir nichts mehr mit dem... Raw Steak. Wohl doch, da passiert gerade was. Okay, es wird jetzt gerade zubereitet. Okay, ist jetzt im Ofen. Edmund de Bergele, der muss natürlich auch wie Gott den verlangt gleich Essen zubereiten, ist klar, ne? Cooked Steak, okay. Dann haben wir da sogar was geschafft. Die Frage... Ja, Getreide haben wir genug, das müsste nur geerntet werden dann halt, ne? Und dann kann man auch alles andere weitere auch machen, ne? Aber hier sind wir jetzt erstmal am Schauen, ne? Was ist denn passiert? Da ist nix passiert, da auch nicht und da auch nicht, okay. So, warte mal, der holt einen Stein. Kann das sein, dass der einen Grabstein macht? Ja, wo geht der hin? Ja, aber er geht, glaube ich, nicht dahin, wo ich jetzt meine, dass er hingehen könnte, ne? Oder er holt neuen Stein. Ah, er holt neuen Stein. Gucken, was er mit dem zweiten Stein macht. Okay, er geht wieder hoch. Die Steinnetzbude. Und, was macht er? Er geht nochmal los. Geht wahrscheinlich noch einen Stein holen, ne? Würde ich sagen. Kommt er hier vorbei? Ja. Nächsten holt, okay. Was macht er da raus? Gute Frage, ne? Dritter Stein, den ich jetzt sehe. Und der ist noch nicht fertig. Was hat er da gemacht? Er holt jetzt den Leichnam da? Ja, er hat den Leichnam geholt. Okay, er macht die Beerdigungsarbeiten. Das finde ich cool. Das ist 19. Okay, wir sind kurz davor, neue Mitarbeiter zu bekommen. Hier bei den ganzen Hellen, da muss das ja hier happener steigen. Und er ist gerade runtergefallen. Da sind die müden Hellen, die er nicht geschöpft haben, ne? So ungefähr. Ja, jetzt holt er hier irgendwo einen Stein weg. Da, okay. Ja, der Weg ist gesät mit Steinen, ne? Das ist schon krass, oder? Die sind runtergegangen, haben einen Stein geholt und unterwegs. Ich sage, ich habe Hunger, ich lasse ihn mal hier liegen und gehe weiter. Schon irre. Also hier drum rum liegen sie überall, ne? Hier drin auch. Ist schon stark. Hier sind die nächsten Steine um die Ecke, aber er geht immer noch da unten und holt da ein. Das ist schon phänomenal. Naja, was soll ich jetzt so machen, ne? Spiel wird halt nicht mehr weiterentwickelt. Ist am Ende. Jetzt gehen welche in den Keller. Was machen die da im Keller? Da unten geht's lang. Holt wahrscheinlich aus dem Keller noch einen Stein, ne? Sind nur auf Ebene 6. Was macht man auf Ebene 6? Der ist bis hier hingegangen, da ist irgendwas gewesen, aber ich weiß nicht was. Ja, schwierig. Hier liegen auch genügend Überreste. Ja. Hier lief gerade schnell. Die blauen Steine, sind die das, dass man da schneller läuft? Kann das sein? Der holt jetzt hier irgendwo auch einen Stein wieder weg, oder was? Er hat da einen hingebracht. Krass, die räumen gerade auf. Faszinierend ist das denn jetzt hier unser Träger? Ja, der erste Träger, der mal aufräumen, wa? Dann hat er da unten einen Stein weggeholt zum Hoftragen hier ins Lager. Alles klar. Finde ich krass. Und das ist jetzt... Oh, er hat schon wieder einen zur Beerdigung gemacht. Gut, das läuft. Okay, was ist auch die Happiness? Oh, er ist aber ganz schön down, ne? Wo ist denn das Problem dann? Essen? Kein Brot, keine Äpfel, keine Birnen. Okay, gibt's was anderes zu essen? Äh, nee. Das ist schlecht. Warum erntet denn da keiner und so? Warum backt keiner Brot? Wir haben doch Leute, die das machen sollen, oder? Hier, das sind doch unsere Leute, die sich ums Essen kümmern. Dann haben wir doch auch noch Erntehelfer hier. Einen nur, okay. Vielleicht sollten wir vom Brot einen abziehen und zum Erntehelfer erstmal machen. 2,2 ist vielleicht besser, oder? Er hat da irgendwas gemacht, aber was, weiß ich nicht. Geht jetzt irgendwo anders hin. Hier war doch eben auch noch einer, ne? Oh, ne? Wo ist denn der geblieben? Ja, keine Ahnung. Ah, hier sind noch Friedhofstellen, ne? Warte mal, da würden wir schon hier sind. Packen wir da gerade noch einen hin. Da haben wir das schon besetzt. Hier ist nix, aber hier könnten wir dann auch noch welche machen, oder? Wir sagen, hier. So, da haben wir da auch noch ein paar Stellen. Das waren ja auch einige, die gestorben sind, ne? Was macht er jetzt hier? Holtenstein, okay. Dann wird weiter bestattet. Der Bärmann ist das, ne? Gut, äh, den gehen wir zurück. Einer hat den Stein, der andere macht was. Der geht in den Keller. Während einer schon unten war. Der ist hier nicht vorbeigekommen, oder? Ne, ist er nicht, da ist er. Keine Ahnung, was der jetzt gerade geholt hat. Geht auf jeden Fall hier lang. Holt sich was zu essen, ne? Radieschen. Na dann. Bringt er rein, oder isst er auf? Mal gucken. Ja, er ist das gleich. Wie sieht's mit Happiness aus? 16 von 20 gerade, okay. Der, wo geht er hin? Geht hier hinten raus, und dann... Ach, hier wird geerntet, oder was? Hat er jetzt Stroh geholt, ne? Das ist ja schon mal was. Das wird gemahlen. Das passt schon mal. Essensproduktion ist eigentlich dann doch am Laufen, ne? Langsam aber doch. Aber, naja, muss man mal gucken, wie will da... ...noch was machen. Ja, hier sind ganz viele Sachen, ne? 16 von 20. Er erntet Kaktusfrüchte, oder wie sehe ich das? Hm? Ja, hat er gemacht. Da kommt der Händler, ist hier gerade aufgetaucht. Lass ihn weiterfahren. Bei dem können wir natürlich ganz wenig nur abfrühstücken gerade, glaube, ne? Er fährt sogar durch eine Tür. Krass. Ist ein Einspruhwagen, ne? So, der ist da, dann können wir mal gucken, was er mitbringt. Hat einiges an Essen dabei, ne? Aber dafür möchte er auch Essen haben. Aber, pfff, Cooked Quark. Dschungelsalat. Drei Omelettes. Pilzsuppe. Irgend so ein Spezialgericht aus den Bergen. So, Kaiserschmarrn oder sowas. Weil es ne Suppe, also... Keine Ahnung, was man da so isst. Das ist Essen. Das ist auch Essen. Fisch. Wir nehmen erstmal alles, was fertig ist, hier mit, oder? Auch wenn wir das Geld gerade dabei loswerden. Und dann verhungert auf gar keinen Fall einer. Die Kirschen nehmen wir auch und so. Pilz. Abfall, Radieschen hätten wir, ne? Komm, die lassen wir hier. Radieschen würde ich nicht. Pilze, weiß ich, haben wir auch vielleicht. Die drei Eier nehmen wir auch noch. So, damit wir das durch. Hier die Hähnchen noch. So, und dann gucken wir, was wir abgeben können. Das haben wir hier. Das geht auch. Und der Äpfel haben wir genommen, ne? Das wollten wir vielleicht gar nicht dann mal machen. Gucken wir gerade durch. Und die Birne, ne? Die möchte ich auch nicht haben. Haben wir doch nicht genommen, wohl. Der kann auch die Äpfel haben. Bananen haben wir selber. Können wir ihm sogar eine geben. Und zwei Birnen geben wir ihm auch noch. Hier machen wir die Kirschen. Das ist schon okay. Zucker. Tauschen wir mal. Mehr ist nicht da. Komm, dann machen wir den Handel. Alles ist gut. Wir haben nur einen Träger, der das vielleicht macht, ne? Könnte sich hinziehen, ne? Aber ist halt so. Ja, gut. Dann sind wir da einen Schritt weiter. Was macht der? Bringt der schon was dahin? Mal gucken gerade. Ne, der geht hinten rum. Irgendwohin. Keine Ahnung wo. Alles egal. Gut. Wir sind dann soweit, dass wir erstmal der Sache hier noch ein bisschen zuschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und letzter... Ist das jetzt in Pause das Spiel? Könnte sein, oder? Ja. Haben wir noch einen Angriff. Ein paar Schleime. Naja, dann. Und ja, wenn ihr den Daumen hoch gegeben habt, dann guckt mal nachher Glocke. Vielleicht habt ihr dann noch die Möglichkeit, hier, sag schon, eine Info zu kriegen, wenn ich ein Video hochlade, ne? Das wäre dann der letzte Schritt. Alles klar. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Vielen Dank.